hallo heute ist montag hier ist der gusua es geht um coc ja ich habe jetzt eine runde ein bisschen frei danach habe ich noch nachmittagstermine ich dachte mir ein bisschen was wirfst du schon mal in den ring und kannst ja schon ein bisschen was machen so es geht nämlich um den cw und zwar jetzt bin ich wieder kriegszuschauer warum das ist der grund die queen schläft wieder ich habe wieder ordentlich de gefarmt und deswegen konnte ich mir einfach mal das leisten die queen schlafen zu legen cw haben wir gewonnen richtig coole nummer kommen wir jetzt auch gleich dazu ich würde mal fast sagen unsere ja rote strähne ist wirklich vorbei jetzt geht er wieder schön grün los einfach wirklich weil die aktivität im cw wieder ein bisschen zugenommen hat finde ich ziemlich gut und dann ist das auch nice und guckt mal hier 49 zu 42 das ist schon ganz in ordnung also ich sag mal ganz ehrlich wir waren 20 gegen 20 und da dann einfach sieben stände voraus ist ganz nett passt guckt mal sind wir bei fast zehn prozent mehr läuft bei uns und dann ist das auch in ordnung hier waren wir natürlich eine ziemlich knappe kiste würde ich sagen aber hier seht ihr es leute ganz ganz wichtig greift bitte bis zum ende an wir haben es hier gerade perfekt gesehen wir haben einfach mal vier über vier fucking prozent mehr einfach obwohl wir die selben sterne haben und somit konnten wir einfach mal katsching katsching machen macht man zwar nicht so aber ihr wisst was ich meine einfach mal gewonnen easy peasy so und deswegen macht man das weil viele dann auch gesagt haben naja warum denn ist doch blödsinn ne ist nicht blödsinn zum beispiel seine queen noch mal wirklich komplett auf zu rauchen ja weil wir vielleicht noch mal zwei prozent mehr bekommen könnte ein grund sein wenn man dann einfach am ende mal gewinnt so details ja hier ziemlich geiles zeug haben auch viele gefragt was bist du also nicht die haben nicht gesagt was bist du für ein honk bin ich zwar weiß ich aber ich habe nämlich am ende den zweiten noch mal probiert anzugreifen und zwar mit fast only only hocks ging leicht daneben aber die sache ist die ich hätte natürlich im unteren bereich ich glaube die 18 hätte ich wirklich noch genau die hätte ich noch freestaren können ja die sache ist aber die guckt euch mal bitte an also wie gesagt wir waren weit im voraus und guckt mal bitte kurz rauf wir liegen bei dieser kriegsbeute hier und wir liegen bei dieser kriegsbeute hier klar wenn ich alle geriffen habe oder so gucken wir jetzt mal uns das an hier ich war relativ am ende was heißt am ende hier anderthalb stunden davor da habe ich dann den reingehauen ach gucken wir uns den zuerst dann kommt leute kommt gucken wir uns den zuerst dann so ich wusste also ich beziehungsweise ich habe damit gerechnet wer schreibt mich denn hier an so aber nicht wieder also cb war mir ziemlich wahrscheinlich das war da halt eben da sitzen beziehungsweise ich wusste es sogar drache und luns drinnen dachte mir gut ok komm lass lass den drachen echt mal ein bisschen abkrebeln hier und er hatte nicht mehr viel folgende sache ich habe schweine dabei so also was habe ich mir dabei gedacht weil sonst könnt ihr da ja sagen was hat sich der user dabei gedacht ich muss ganz ehrlich sagen ich dachte halt wirklich weil wirklich das letzte habe ich mit schweinen angegriffen vor anderthalb jahren oder sowas ich dachte dass die schweine dem drache weg weg springen einfach einfach wirklich schnell genug sind der drache ist auf der seite der base die schweine kommen von hier weil ich wusste dort und da da und da sind riesenbomben das wusste ich vom letzten angriff somit dachte mir gut ok dann gehst du mal von oben rein so und jetzt gucken wir mal dachte mir oh cool spammst du hier schön rum und dass der dass der drachen aber echt so schnell ist so schnell hätte ich wirklich muss ich ganz ehrlich sagen hätte ich nicht gedacht und hier daneben auch noch schön hier drinnen gehabt und so weiter und sofort hier auch noch schweinchen und die wurden einfach nur sowas von mega gegrillt das war richtig krass also die waren einfach nur dort und wisst das selber im cw hat man dann ja da nicht so wirklich die augen dafür dann denkt man so queen regelt natürlich das ist klar aber queen hat halt ein bisschen zu spät geregelt ja ich gebe es ganz offen und ehrlich zu ja ich habe es da ein bisschen verkackt habe ich noch ein heal gehabt habe mir gedacht komm dann hielst du wenigstens noch deine magician genau deine wizards hieß das nicht aber irgendwo auch magician egal so schaut es aus ja dann ja halt trotzdem noch gemacht 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 und dann als ich hier unten war dachte ich glaube ich gut okay komm hier da kannst du dann aufhören dann hast du die wenigstens den einen stern noch mal gerissen und dann war es das so ja wir wollen ja aber nicht nur oh ja hier guso sieht scheiße aus mit dir und so nein wir wollen ja auch mal ein bisschen zeigen wenn der guso abliefert das kann er natürlich auch so ähm folgende sache ich war natürlich nicht unbedingt der held der nacht aber ähm war natürlich auf platz zwei und dann sollte man natürlich nicht unbedingt ich sage jetzt mal zum beispiel eventuell die sieben angreifen beim ersten angriff sondern sollte man ja so ungefähr probieren mal zu zeigen wo der frosch seine kleinen hässlichen locken hat hat der guso getan ja was macht der guso der guso sieht einfach mal da ist der town hall da ist der town hall da wollen wir hin wir gehen nicht über los wir sammeln aber die gesamte kriegsbeute ein und wir machen ihn mal richtig nackig so war zumindest der plan los geht's da ist die queen da sind die heiler da sind bogich zum clearn baban theoretisch hätte man es andersrum machen können aber egal mauerbrecher perfekt gesetzt natürlich geiles ding weiter guckt bitte ich habe noch sieben heiler gehabt jetzt hatte ich nochmal zwei einfach mal so gedroppt ich glaube unten hatte ich da nochmal losgelegt aber oder ich weiß es gar nicht mehr es ist schon so lange her so ja mauerbrecher es hat einfach mal geklappt also wie gesagt also ich sagte dann auch im cw dann halt die 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 sind da abgeraged oh hier guso zieht den da ab und so weiter und so fort und wie gesagt ich bin halt kein guter cw spieler da muss ich mich hier auch nicht verstecken das weiß jeder und fertig aus aber queen walk kann ich halt so und da kann mir halt auch ja ein maxed out ja ein maxed out rauer rathaus neuner nicht wirklich das wasser reichen da sage ich einfach gut okay probier es mal bitte ein anderes mal jetzt habe ich richtig lust auf dich bam bam mauerbrecher rein gerannt und jetzt hier zieht es euch gebt es euch bitte bitte geben nochmal klar gift ein bisschen dicht gesetzt okay aber ihr wisst selber im cw ist nichts okay so gucken wir mal queen ability zack 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 drache down und jetzt bam bam weil zuvor ihr wisst es noch zuvor hieß es noch bei mir äh loons und äh ne 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 geht nicht richtig die queen geht down nein wenn man es richtig macht und nicht die masse der loons hat also wenn man hier wirklich zwei drei loons hat kriegt man sie ohne probleme mit der queen down so äh king habe ich mir gedacht gut okay äh haust die heiler hinter den king rein weil ich wusste dass ich mit der queen soweit d'accord bin und das hat eigentlich soweit gepasst ich hatte hier den two star drin dachte mir gut okay kommt cb der king gibt eh gleich auf droppen war da noch ein bisschen was dass wir hier noch ein bisschen prozente ziehen können und dann war das eigentlich ziemlich nett jetzt hatte ich gemerkt okay heiler da passiert wirklich nicht mehr viel die sind gleich down äh wusste ich bescheid dann konnte ich mit meinem rage natürlich dann auch nicht mehr wirklich viel anprügeln klar was will ich denn mit dem rage wenn ich dann nur noch die queen habe aber das ging dann zack 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 weggeschnetzelt aber wir waren einfach mal bei 62 prozent wir hatten einen sicheren aber einen todsicheren two star und den als zweiter auf den ersten ich denke mal das war eine ziemlich geile nummer ja man muss sich auch mal ein bisschen feiern lassen können so gucken wir mal was wir hier noch haben wir haben natürlich nur ein bisschen barge habe ich jetzt in der letzten zeit einfach nur so ja zack 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 ein bisschen was hier war ziemlich nice äh der hatte nur mal so nebenbei hatte der 6, noch was k da dachte ich auch ey man warum habe ich meine queen da nicht dabei die wäre einfach mal schön reingerannt und hätte einfach mal gesagt hier bin ich gib mir her und ansonsten passt das so jetzt wollen wir natürlich mit dem gold was ihr hier seht natürlich nochmal ein bisschen angriff finanzieren und dann natürlich im besten fall natürlich nochmal eine mauer reinknallen nice shit alter ich mache jetzt wirklich ab jetzt mache ich nur noch aufnahmen weil es ist wirklich so in der aufnahme ist man einfach mal gut im loot mehr kann ich dazu nicht sagen ach komm leute jetzt wollt ihr mir hier wirklich meinen meinen spaß verderben ich glaube ich gehe hier mal schön schnell rein dass ich hier halt wirklich relativ easy drin bin und nicht von dem blöden minenwerfer gekickt werde drinne sind wir king könnten wir jetzt auch gleich rage'n aber ich spam hier erstmal schön weiter dass schön der rage durch geht und alles schön noch geraget wird einwandfrei super gut läuft ich überlege grad brauchen wir überhaupt noch mehr ich glaube nicht alles andere wäre glaube ich ein kleiner overkill ne mehr muss nicht sein ist ja quatsch ich meine man kann ja seine knapp 60 truppen noch behalten und man muss das ja nicht zu übel machen rage spell brauche ich jetzt hier auch nicht raushauen ich glaube das hat auch jeder verstanden hier schön noch den sammler quälen genau läuft einwandfrei komplett genullt so soll es sein rathaus kriegen wir auch noch ohne probleme weil der minenwerfer da ja genau genau geh doch ja genau überleg dir doch einfach mal rathaus ey armeelager yay besonders durch zwei mauern na warum denn nicht eine mauer ist ja nix das lassen wir mal lieber ich glaube der ist ein bisschen mit dem falschen Bein aufgestanden oder mit dem falschen Fuß wie auch immer egal falscher Fuß falsches Bein vollkommen egal wir hauen jetzt auf jeden Fall erstmal richtig schön dezent auf den Deckel na ich muss auch bald mal wieder ein bisschen umbauen obwohl mir Base mäßig wie gesagt werde ich da eh nicht angegriffen bin ich ganz sweet dabei und jetzt gucken wir uns das mal an wir haben hier einfach mal genau die gleiche Anzahl an Level 10 Mauern wie Level 8 Mauern das ist ziemlich cool darf ich hier auch nicht möchte sagen darf ich nicht oh das sieht dann doch schon nochmal ein bisschen impressive aus und das mag man sehen deswegen guckt ihr euch das an so und dann haben wir hier noch natürlich daneben hauen wir mal ganz kurz hier die die Rathaus die Rathaus 8 Mauern genau genau die ich meine es ist ja nicht mal verkehrt es sind ja Rathaus 8 Mauern im gemächsten Zustand von daher genau bis dahin also das ist schon mal ziemlich nice und dann haben wir hier natürlich noch ja machen wir das dazwischen nein das machen wir hier hin sag also ziemlich geil ähm das ist natürlich schon echt echt geil ich hab aber glaube ich schon gesagt das ist geil ne also wie gesagt das finde ich ziemlich cool sag mal abbrechen jo passt das wollen wir haben und wie gesagt an alle wie lange bleibe ich noch Townhall 9 ich glaube die Frage kann ziemlich jeder beantworten aber ich beantworte sie einfach nochmal ich maxe wirklich komplett aus also aber ganz ganz wichtig dieses komplett aus maxen wirklich ganz ehrlich nur das sinnvolle also ihr werdet das wirklich nicht sehen dass ich zum Beispiel es sei denn da ändert sich wirklich update mäßig nochmal was aber ich werde den Earthquake Spell nicht upgraden weil ganz ehrlich das ist in meinen Augen einfach Quatsch warum warum soll ich den upgraden macht für mich absolut gar keinen Sinn und deswegen bleibt der der wäre nur noch teurer und da hätte ich mich irgendwie ein bisschen selber beschissen das soll es auch gewesen sein ich wünsche euch was ihr haut rein ciao 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 ciao